Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. So, der Zerstörer hat angegeben, was zu machen ist, auch wenn er sich mit Geklicke da durchgesetzt hat, aber gut, hat er so angesagt, wie es er auch gesagt hätte. So, jetzt hoffen wir, dass wir mal C einnehmen. Und wenn wir das haben, fahren wir mal Richtung A. Ah, Bismarck, was machst du? So. Ich bin entdeckt. Und da haben wir auch den Bösen. Böse, böse. Und das war die erste Zitadelle. Und dann hoffen wir mal, fahre ich fest. Noch mal 6.000. Ich hoffe, jetzt mal gucken, was die Secondary ausrichtet. Und das dürfte die Secondary so weit weiterlaufen. Ich fahre drückwärts. Ich will hier fahre drückwärts. Stillgut. Stillgut. Was ist das? Oh, nice toh. Das war's. 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 Das war's.